Das ist natürlich sensationell. Für mich das erste Mal jetzt auch mit BMW. Auch das erste Mal, dass ich im Z4-GC3-Auto drin sitze. Also praktisch zwei mehr oder weniger neue Sachen auf einmal, aber ich habe mir recht schnell wohl gefühlt. Das Auto ist super, super toll zu fahren. Ist auch schnell an die Nordschleife. Gut, die kenne ich von meinen Einsätzen mit Audi damals noch, aber es macht einfach wahnsinnig viel Spaß und ja, ich genieße es momentan. P2 natürlich, erste Reihe ist natürlich sensationell so, ins erste VLN-Rennen diese Saison zu starten. Für uns, ganz klar, ist es natürlich auch ein gewisser Test hier für das 24-Stunden-Rennen, für Schubert, vor allem für den Z4. Eine kleine Bewährungsprobe, um einfach Abläufe zu sehen, ob sie funktionieren und natürlich aus dem Auto dementsprechend gut vorbereitet ist. Und das werden wir jetzt ausnutzen, das VLN-Rennen. Wir hoffen allerdings natürlich auch, dass wir die Position möglichst durchfahren können. Vielleicht, wer weiß, vielleicht sogar noch am Platz gut machen.